Hey, was geht euch, herzlich willkommen. Wir machen heute Bundesliga-Sticker auf. Noch nicht ganz normal. Ich hab hier noch ein Display mit Nummer 1 bei 3, 4, 5 Tüten auf. Sollten nur 26 Tüten sein, die ich im Übrigen habe. Genau. Wir formen aus 5 Tüten. Eine Aufstellung. Ihr sollt sie im Anschluss. Die Werken auf dem Päckchen sind da drauf. Doppelkampf geht da oben. Forsberg, Remitsch, Sommer und L. 2 Tüten. 2 Tüten. 2. 3 Tüten. 3 Tüten. 4 Tüten. Was sagst du? Ebenso ist das Pflanzösstück. Los geht es für dich! Und bei der Notion ist es ein rohlicher Randwein. Und da sind wir ein Pflanzösstück. Der Pflanzösstück ist ein Pflanzösstück. Wir haben ein Pflanzösstück. Aber das ist ein Pflanzösstück. Das ist ein Pflanzösstück. Das ist ein Pflanzösstück. Aumann Pack ich Oli Baumann in den Kasten Jettrug in den Kasten Lass mich hier durch das Wetter hinbekommen Hüfer, Fahles, Schmuckkack Zurück in die Tüte Auf jeden Fall den rechten Flügel Musstet Sanzo ja, Leute Sanzo muss in den rechten Flügel Intervisor Genzeg als Stürmer Solta Gargut Nogercut Ich kann die Linke auspacken, nicht arbeiten Ich weiß nicht, ich weiß, ich kann es noch mal aufmachen Pramare, so vielen Dank, Doppelstorben, Dominik Chor, Bacalort, Stoppelkamp und Kosti. Kosti zusätzlich haben wir durchaus, d absorbed in derppe Kosti. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.